Weiterhin haben wir uns mit der Aktivierung und Erspannung beschäftigt. Das spielt bei uns auch eine sehr große Rolle, gerade vor dem Wettkampf. Die Erspannung spielt bei vielen Leuten, wie auch bei mir, eine große Rolle, die nervös sind vor dem Wettkampf und sich dort ein bisschen runterbiegen können. Dass man durch die richtigen Aktivierung und Entspannung in dem Wettkampf geht.